Bayern, festhalten, ich habe den perfekten Lewandowski-Nachfolger für euch. Ist es ein großer Name? Nee, aber ein großer Spieler. Was soll das genau bedeuten? Sascha, kommst du mal? Servus, Bayern. Kalejcic? Richtig, genau. Ich habe gehört, ihr habt das Interesse Bayern. Sekunde, kannst du mal runterkommen, Sascha? Wir haben dich sonst nicht im Bild. Achso, ja, klar, sicher. Perfekt, danke dir. Also, ihr habt das Interesse Bayern, oder was? Naja, vielleicht. Aber wenn, dann nur als Bäcker. Ein Backup? Das kenne ich nur vom iPhone. Naja, also sicher nicht als primärer Lewandowski-Ersatz, das ist auch klar. Ja, Stolta, schleicht ihn. Transfermarkt, was soll denn die Kacke? Naja, ich habe gedacht... Was hast du gedacht, hä? Naja, dass ihr Bock auf den Sascha habt. Wir brauchen den Kracher da vorne drin, sonst lachen uns die anderen Top-Klubs alle aus. Und sie doch sowieso. Halt's Maul, Transfermarkt! Ist doch so. Und für die Liga reicht der Kalejcic auch, also... Ja, komm von mir aus, Sascha. Komm her, Junge. Ja, gut. Passt Bayern. Wird sicher leibernd. Daumen hoch und schickt euch gern noch das Video herab. Ciao.